hallo und willkommen zu einem neuen video hill climb racing und das ist die zweite folge von diesem let's play projekt abonniert den kanal und aktiviert die glocke like könnt ihr auch mal da lassen bitte und ja also ich würde sagen los geht's ich habe mir das motocross also 20.000 münzen ja sehr heiß finde ich und ja also ich zwar schwer zu steuern aber kann man machen auf jeden fall also ist nicht übertrieben schwärzt also kürzen gekürzt sind sie neue rekord so nächstes also dieses projekt macht mir spaß und euch anscheinend auch er tut mich da sehr unterstützen also wirklich danke vielen dank wieder ein neuer rekord und jetzt bin ich safe außer ich mache jetzt ein riesen fehler oder ich habe pech dass sie krank ist kein guter bitte ja ja ich bin der beste digger weiter geht's ja auch eigentlich eine strecke ganz lang aushalten aber leicht strecke ganz ehrlich und selbst der bus kann dann motorrad ich war nicht mann guck mal so stellen da bin ich einmal der best spaß wenn ich angeben also auf jeden fall sehr sehr easy strecke ganz schön dass schon geisteskrank guck mal ich habe gedacht ich krieg das nicht ja weiter geht's ja safe so weiter und ins zieht so und wieder neuer rekord ich stelle nur kross neuer rekord immer auf ganz reicht es leider nicht aber den kann ich noch kriegen den bus von mir dann fährle dürfte ich nicht werden acht flugzeug krank kann ich dir noch mal wird schwierig also weiter geht's 2000 münzen so ich würde sagen noch ein rennen nachdem und dann ist für heute schluss morgen kommt ihr wieder neues also ich glaube schon ihr könnt gar nicht mehr abwarten ich glaube ich glaube euch auf jeden fall weiter geht's easy peasy lemon squeezy das ist eine schwere zeit das ist immer sauschwer weiter geht's die einsamen ich habe euch mal vor ihr könnt echten teuren fahren zu verkranken gerade noch so mitgenommen rei record easy jetzt muss ich gewinnen und viel glück haben mit den anderen start er sich in die busse natürlich besser so ich bin zu weiter das heißt vielleicht mitnehmen ich bin erster immer noch erster jetzt bin ich zweiter es wird sich edward und so nein ach digga aber das ist wirklich heiße also das finde ich jetzt verarschen das finde ich ich ich